S04 Manager voraus Christian Heidel steht weiter stark in der Kritik. Nun kommt ein neuer Name ins Gespräch, der den Sportvorstand der Königsblauen ablösen könnte, er käme von einem Bundesliga-Konkurrenten. Die Spekulationen über die Besetzung des Manager-Postens beim Fußball-Bundesligisten Schalken 04 reißen nicht ab. Nachdem schon zuletzt Klaus Alofs, 62, als Kandidat auf die Nachfolge von S04 Sportvorstand Christian Heidel, 55, gehandelt wurde, besteht offenbar auch Interesse an Jonas Bolt, 37, der noch bis 30. Juni beim Liga-Konkurrenten Bayer Leverkusen unter Vertrag steht. Auf dem Neujahrsempfang der Deutschen Fußball-Liga, der FL, im Januar in Frankfurt-Main soll es laut Bild bereits ein Gespräch von Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies und Heidel mit Bolt gegeben haben. Ursprünglich war wohl die Planung, den Leverkusener als Skaderplaner bei den Königsblauen zu installieren. Heidel hatte jedoch die Verpflichtung einer zusätzlichen Person im Management-Bereich abgelehnt. Inzwischen könnte es sein, dass die Schalker die Trennung von Heidel am Saisonende vollziehen. Die Transferbilanz des langjährigen Managers des FSV Mainz 05 ist nicht gerade berauschend. Rund 150 Millionen Euro wurden in neue Spieler investiert, der Erfolg blieb allerdings aus. Heidels Vertrag auf Schalke hat noch eine Laufzeit bis 2020. Zuletzt hatte Heidel im Interview mit der Süddeutschen Zeitung eine Erfüllung seines Vertrages auch von der Gesamtgemengelage beim Traditionsklub aus Gelsenkirchen abhängig gemacht. Leverkusen hatte bereits Simon Rolfes als neuen Sportbedirektor installiert, Bolt verlässt den Klub im Sommer. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team 5. 6. 7. 11. 12. 13.